weiter geht's mit viktoria 3 und den vereinigten staaten von amerika und wir haben auch heute wieder eine ganze menge zu tun wir sind gerade dabei unsere kasernen zu erweitern und ihr seht es wahrscheinlich noch nicht aber ihr wisst es vielleicht aus den folgen wir haben ein gummi problem deswegen müssen wir mal ganz dringend gucken ob es eine importroute gibt und es gibt sie das heißt wir können auf jeden fall einmal hier das gummi importieren das ist auch eine ganz wichtige sache und wir haben hier marktprobleme mit virginia 74 prozent ja 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 warum haben wir denn hier so ein mann wir denn hier so viele probleme in virginia 55 von 41 haben wir die eisenbahn hier nicht gut genug ausgebaut ist aber vor 189 gott wir subventionieren die doch sogar schon das ist ja der hammer okay das ist ja mal krass also hier gibt es eisenbahn aber hier will keiner hier will keine arbeiten okay ja das ist das ist krass dann gucken dass wir das dass wir das in den griff kriegen hier bei uns hat die füste unter der führung von montgomery heiman protestieren gegen die waffenproduktion das ist mir egal was nein die landbewohner haben sieben prozent wir sind bei plus drei dies ist mir wurscht wir müssen unsere waffen produzieren für mögliche kriege und auseinandersetzung das steht hier völlig außer frage so ungenutze bauproduktion starten aufruhr das ist main und wir haben eine migration in south carolina sehr gut also hier vorne ist übrigens auch in graten wieder mein krieg aktiv das können wir uns auch mal angucken das ist mit sicherheit auch eine spannende sache hier ist nämlich das osmanische reich mit österreich und russland als verbündeten gegen den norddeutschen bund mit dem kräfteverhältnis von ungefähr eins zu zwei aktiv das ist schon eine spannende schon eine spannende nummer muss man muss man sagen und ich würde ja gerne mal gucken dass es hier irgendwo eine laufende schlacht gibt dann können wir uns die mal angucken aber da gibt es aktuell nix hier ne ne da gibt es aktuell nix okay wir werden das mal ein bisschen weiter verfolgen und gucken mal wie es dort läuft so goldfelder erschöpft das kennen wir schon das thema wenn es ein paar monate warten und gucken dass die investment fonds wieder vernünftig ausgebaut werden und dann werden wir uns um die möbelproduktion kümmern wobei wir wirklich ein problem haben auch bei den stahlwerken die kriegen wir nicht richtig ausgelastet und die waffenfabriken sind auch nicht ausgelastet ja momentan wirklich eine überproduktion das muss man das muss man ganz klar sagen und da müssen wir jetzt also wir haben es zu gut gemeint da müssen wir jetzt wirklich mal mal gegen anspielen und ein an den franzosen das ist uns egal ja da halt behalten wir uns neutral da müssen wir jetzt wirklich mal gegen anspielen und gucken dass wir die situation auf dem markt stabilisieren das problem ist wirklich unsere preise sind alle so gering dass wir bei den bei vielen sachen nicht mehr wirklich wirtschaftlich arbeiten können das ist momentan ein problem deswegen möchte ich da gerne einer der der ersten punkte die ich mache ist eine import route zu beenden nämlich die import route einmal ist das inaktiv das können wir beenden nämlich die import route von 3000 möbeln werden wir einmal das werden wir einmal beenden und dann werden wir gucken wie sich der markt hier beim thema beim thema möbel verhält dann werden zumindestens die möbelpreise in den usa steigen das wäre grundsätzlich ja wir sind bei die wahl und das müssen wir uns angucken ihr seht wir sind bei minus 1300 wir sind gerade mal bei 51 das wird dafür sorgen dass es hier viel geld gibt bei der möbelproduktion ja aber das ist auch dadurch höhere ausgaben gibt die die leute natürlich tätigen müssen keine frage aber die fabriken haben mehr geld und das ist momentan wirklich ein problem wir haben wirklich keine industrie so richtig die wirklich viel geld hat und da müssen wir da müssen wir wirklich da müssen wir wirklich ran weil ja keines wirklich geld verdient weil wir da sehr großzügig waren ihr seht auch das geht direkt zurück der lebensstandard aber das werden wir jetzt mit der zeit mal in angriff nehmen so öl unterstützt den trend der ölrausch lässt nach müssen wir jetzt mal gucken dass wir in texas hier ein bisschen migration hinkriegen okay gut also weiter geht's wir wollen entsprechend die industrie ausbauen für die möbelproduktion da müssen wir da müssen wir ran ich denke wir haben noch genügend kapazitäten zum beispiel ich würde sagen in california wo da gibt es auch schon eine ganze menge wie sieht es denn in colorado aus da hätten wir die goldminen hier zum beispiel in new mexico da könnten wir da können wir das gut machen wir sind aber auch dort bei keinen arbeitslosen hier kommt die ölindustrie in oklahoma könnte man auch machen da geht das zu da geht die bevölkerung zurück haben wir den überhaupt genennenswert arbeitslose 13.000 also jetzt müssen wir mal hier gucken ob wir hier gebäude haben die probleme haben eigentlich nicht die eisenbahnen sind gut aus also ich würde es wirklich jetzt in diesem bereich bauen vielleicht wirklich in north dakota da haben wir noch gar nichts da könnten wir auch holzfäller noch aufbauen parallel da werden wir mal eine neue industrie gründen nicht das stadtzentrum sondern wir haben die wegzeugfabriken hier ne ja aber das ist ja kein problem da können wir ja einen zweiten zweig machen wie sieht es mit der infrastruktur aus 11 28 das ist einmal south dakota ich denke wenn das in north und south dakota machen das halte ich für einen guten punkte gibt es auch holzfäller möglichkeiten hier auch direkt nebenan gibt es auch holz gibt es dann die stahlwerke die aufgrund des geringen verdienstes hier nicht so viel machen aber ich denke wir werden das machen genau wenn einmal hier ein paar möbelfabriken bauen aber erst mal nur zwei und hier ebenfalls möbelfabriken aber auch erst mal nur zwei ich will die preise nicht zu stark nicht zu stark kann kann man organisieren so bauen in den feindlichen staaten haben begonnen sich zu organisieren und für ihr wahlrecht zu kämpfen das klingt wie gerede der opposition nein das ist eine lohnenswerte sache definitiv massenpropaganda oh cool silberlegion kein offener dissenz okay eine opium sucht das ist uns egal ich will eigentlich erst mal hier rein gehen und jetzt müssen wir erst mal gucken ob wir die regierung jetzt umbilden können wenn wir die progressive partei wo mittlerweile alle drin sind und die freihandelspartei das würde uns hier durchaus probleme bereiten also am ende des tages ist jetzt jeder in dieser partei drin das ist mit sich hat auch so ein bisschen unsere eigene schuld aber am ende des tages haben die auch mit 83 prozent die meisten stimmen bekommen und da muss ich jetzt wirklich ein bisschen kritik äußern das aktuelle wahlsystem ist eigentlich weiß ich nicht ob man das vielleicht sogar unbrauchbar nennen kann also wirklich wirklich brauchbar ist es nach meinem dafür halt nicht ich meine ihr seht das der also der grund warum wir das hier gemacht haben ist ja eigentlich dass wir durch diese diplomatie ein bisschen in ein bisschen spannung ins spiel haben wollten ja aber im gegensatz zu dem was ich vermutet habe dass ich hier einige einige parteien gründen dass die parteien gegeneinander arbeiten und das ist immer wieder spannende sachen gibt entscheiden sich die ganzen leute einfach okay ich ändere meine meinung und geht es in die progressive partei okay kann man so machen ist aber irgendwie doof muss man ja sagen okay also wir werden trotzdem jetzt gucken dass wir bei den frauenwahlrechten in das allgemeine in das allgemeine frauenwahlrecht gehen da sind echt erst echt niemand dagegen die evangelisten sind dagegen und die südstaaten pflanzler das ist mir egal die haben hier nichts zu sagen wir werden das frauenwahlrecht durchboxen und dann gucken wir mal wie es damit aussieht so aufruf zum frauenwahlrecht eine opium so chirurgische chirurgische chirurgisch erleiden schwere auswirkungen des opium entzugs die verwendung unter missbrauch der droge verbreitet sich in ganz colorado das ist sehr tragisch gummi entdeckt psychoanalyse bereitet sich aus öl in kansas entdeckt wer ist gestorben von den evangelisten ja man merkt halt die haben hier wirklich nichts zu sagen die südstaaten pflanzler und die evangelisten da hat sich jetzt eine ganze da hat sich das jetzt ziemlich stark gewandelt bei uns und die möbel das ist schon mal ein guter bereich ich möchte eigentlich jetzt noch eine sache machen wobei ich mir nicht sicher bin ob das gut geht also wir haben ja den punkt dass wir die eisenbahn nicht vernünftig kostendeckend hinkriegen im moment das liegt natürlich auch daran dass wir das ist die motoren herrnörd dass wir beim transport wenn ich ihn denn finden sollte hier bei minus 178 sind und trotzdem nur 31 30 mit 4 prozent mehr das ganze machen also da haben wir noch ein bisschen potenzial deswegen gehen wir jetzt einmal in die gebäude rein und gucken dass wir dass wir hier mehr machen dass wir eben einmal gucken die tuchfabriken könnten wir die sind alle auf stufe 4 das passt dass wir die was wollen wir jetzt machen dass wir die fabriken ein bisschen umbauen wir sehen zum beispiel hier vorne könnten wir auf dampf betriebene drehmaschinen umbauen das würde mehr werkzeuge und mehr kohle bedarfen das würde den kohlepreis erhöhen dann könnten wir kohle minen aufbauen aber wir hatten 93.000 arbeiter weniger das werden wir jetzt machen dann könnten wir den kohleminen auf dampf hilfsaggregate gehen das würde die die motoren preisen die kohle den kohle verbrauch ein bisschen das macht irgendwie keinen sinn obwohl doch wir würden anstatt von einem motor drei kohle verbrauchen dampf hilfs und und drei kohle verbrauchen und drei kohle mehr produzieren okay das muss man mal in ruhe angucken auf jeden fall werden wir auch hier mal gucken dass wir nicht die zitrus heine ich würde gerne mehr über die schiene transportieren zum beispiel das gold das können wir auch transportieren das bringt dann noch ein bisschen mehr baumwolle bringt dann auch ein bisschen mehr das bringt 350 und das würde den transport extrem teuer machen und das machen wir und damit hoffentlich auch möglichst lukrativ und auch hier wollen wir das eigentlich gerne machen das sind nochmal zehn transport das ist nicht so wild und dann sollten sich damit hoffentlich jetzt einige preise einstellen bei uns die dazu führen dass wir warum auch immer jetzt so günstige möbel haben dass wir auf jeden fall hier für den transport zwar im minus sind aber zumindest mal halbwegs vernünftige preise bezahlen die kohle ist jetzt massiv in minus da müssen wir allerdings dran arbeiten das ist die basis produktion für alles was wir haben da müssen wir wirklich gucken die muss günstig sein das müssen wir hinkriegen das heißt wir müssen jetzt gucken dass wir auch hier die kohleindustrie ausbauen da sind wir bei knapp 600 minus jetzt müssen wir mal gucken illinois zum beispiel sieht es hier aus kein stadtzentrum oder ne tatsächlich wir haben nur 77 urbanisierung ne das würde doch in illinois geradezu dafür sprechen dass wir hier was machen die hier gibt so ein mini städtchen chicago das heißt hier chicago milwaukee detroit hier um die ecke das spricht doch geradezu dazu dass wir hier mehr machen wie viel haben wir denn hier in illinois überhaupt möglich 60 oh ja das denke ich mal ist der ideale zeitpunkt hier in illinois die kohle produktion zu beginnen wir sind bei 14 von 59 ja ich denke das ist okay das werden wir so machen wir starten die kohle produktion es kann sein dass ich das hier nicht sehe oder haben wir schon eine kohlemine da genau so das werden wir mal erweitern pro stufe kriegen wir na pro stufe kriegen wir 80 kohle das heißt 2 stufen sind 160 das heißt wir brauchen schon 6 stufen mehr wir gehen hier also mal auf 8 ach komm wir gehen gleich ja 8 mehr dann sind wir insgesamt bei 10 und dann sollte das eigentlich auch passen bis dahin kriegen wir auch den kohle verbrauch was das angeht noch weiter erhöht telefone wir schalten elektro verbiegen frei sehr schön das müssen wir uns mal angucken in ruhe in ruhe importroute für sprengstoff abgebrochen das ist schade und ein preisbericht blei ist wieder okay wir könnten überlegen ob wir ungern günstigen blei wenn wir das irgendwo mal in der welt verkaufen das wäre vielleicht eine möglichkeit wir verkaufen es bereits nach frankreich nach guatemala guatemala irgendwie keinen großen sinn aber frankreich kauft hier mittlerweile 320 davon okay dann gucken wir jetzt erstmal nach den elektrofabriken da würde ich jetzt mal gucken dass wir vielleicht erstmal nur eine bauen oder zwei vielleicht nehmen wir machen erstmal nur eine so elektronikfabriken genau wir setzen eine nach New York bitte jetzt schauen wir erstmal was die an Basis haben wir brauchen also Gummi, Werkzeug, Eisen und Blei das ist kein Problem Gummi ist ein Problem deswegen bleiben wir erstmal bei einem und schauen mal ob wir als Import noch mehr Gummi uns holen können und das ist leider nicht der Fall ja also wir haben schon die einzige Gummi-Importroute Gummi ist auch weiterhin nur hier in diesem Bereich also so grob hier in dieser Zone verfügbar also auch nicht bei uns da müssen wir also drauf achten dass wir da wirklich einen Import in Zukunft auch weiterhin machen so keine laufende Forschung also bleiben wir nochmal in diesem Bereich und gucken eventuell die Dampfturbinen Verbrennungsmotoren aber ich denke da sind wir mit 1877 noch nicht bereit für was wir machen sollten wäre im Militär das Bolzen-Repetiergewehr ja das könnte man machen das ist Holzbretter, Stahl, Werkzeug und Öl das haben wir alles ich denke das würde uns durchaus einen gewissen Vorteil hier bringen wenn wir das Bolzen-Repetiergewehr bauen so Frauen die haben bestimmt selbst unterstützen finden im ganzen Land statt die machen Kundgebungen bei einem kommt es zu Gewalt ähm ne fahrt die Kundgebung ein bisschen zurück wir wollen hier keine Probleme damit verursachen okay gehen wir mal hier rüber und gucken mal wie es hier aussieht uiuiuiuiui das ist sehr heftig ähm das Osmanische Reich ist ja irgendwie gar nicht mit im Krieg aber die scheinen sich auch nicht gut verteidigen zu können dagegen Benefiziente Landwirtschaft ah das haben wir jetzt schon alles gehört da gibt es ein paar Pops die werden wieder äh radikal oder eine Interessengruppe sinkt wir sind bei minus eins das heißt wenn wir rein spielmechanisch entscheiden ist das noch okay die dienen nur unseren Zweck das ist für mich immer die sauberste ähm Lösung man hat die Blei-Importroute abgebrochen das ist unschön können wir eine neue Export also unsere Exportroute ihre Importroute wurde abgebrochen für Blei nach Großbritannien ja komm einmal dahin die Briten mögen uns ja so halbwegs okay gut bin ich mal gespannt ob das den Bleipreis ähm stabilisiert wo war das denn Paraguay ah da unten da das kleine Stücke ist es das Meriner Königreich wo war das ach da okay interessant das ist jetzt also britisch ja gut warum nicht also Gold in Alaska ist erschöpft aber wir drucken ja im Moment noch genug Geld wir zehren jetzt wieder eine Migration wir zehren jetzt gerade ähm wie viel aus dem Gelddruck 110.000 Wahnsinn wir sind übrigens immer noch bei 50.000 Subventionen und das ist übrigens das Ziel für die nächsten Folgen ich will die Subvention ein bisschen zurückschrauben das wäre mir das wäre mir ganz wichtig wir sind jetzt bei der Kohle die haben wir jetzt fertig wir gucken mal da sind wir jetzt bei echt plus minus null oh das ist gut das ist sehr gut ihr seht übrigens dass jetzt hier der Lebensstandard ganz schön gefallen ist dadurch dass wir einige Sachen äh teurer gemacht haben also unsere Leute haben sich an eine massive Überproduktion doch ganz schön gewöhnt ähm da müssen sie sich leider jetzt ein bisschen umgewöhnen Kohle ist teurer geworden Holz wird auch mit der Zeit teurer werden das kann ich euch vorne mal zeigen wo war es da da sind wir bei 76 da will ich eigentlich auch jetzt die Holzproduktion noch erhöhen denn ich finde die Basisrohstoffe die müssen günstig sein das hat ja auch gucken wir mal die Möbelproduktion das ist ein komisches Möbel ähm na komm schon ich will eigentlich eine Möbelfabrik mal sehen ähm also wenn wir in so eine Möbelfabrik mal gehen wir gucken nochmal auf den Markt und so eine Möbelfabrik mal sehen die haben wir hier oben gebaut dann sehen wir als Basisrohstoffe halt eine ganze Menge Sachen das heißt diese Basisdinge die müssen günstig sein damit hier dann am Ende des Tages mit einem mit einem hohen Lohn zusammen viele Möbel rauskommen das heißt wir müssen jetzt wirklich Werkzeug eigentlich auch günstig machen sowie Holz das sind die Sachen die günstig sein müssen damit wir hinterher viel raus bekommen deswegen müssen wir jetzt auch hier gleich die Holzproduktion ein bisschen ausbauen das finde ich können wir ganz gut hier unten machen jetzt gucken wir mal äh Chemiefabriken Ressourcen wie hier nicht hier gab es kein Holz wo gab es denn hier so viel Holzfäller da 13 da sind die möglich ein Holzfäller produziert pro Stufe 100 Holz machen wir da mal 2 bitte und da 2 und da 2 ich würde hier in den beiden sogar 3 machen na wir machen hier auch 3 genau da müssen wir jetzt wirklich mal gucken dass wir die Holzfäller damit stabilisieren und einfach genügend Holz produzieren damit wir hier allgemein einfach genug in unserem in unserem wirtschaftskreislauf ähm drin haben ok nordadänische Bevölkerung begehrt nach Minas Geri ok und inmitten der Debatte über ein neues Gesetz hat ein führender dramatiker des Landes der eng mit den intellektuellen verbunden ist ein nahezu durchgängig geliefertes Stück zur Aufführung gebracht dessen politisch aufgelandene erinnert macht kein Geheimnis daraus dass der Verfasser sich wünscht das Gesetz möge nicht verabschiedet werden ähm ich denke das Gesetz wird jetzt einfach in aller Munde sein so Frauenwahlrecht ist mir dann doch eine wichtige Sache dass wir das durchziehen wir dürfen auch nicht dieses Jahr 88 verpassen dort haben wir die sind immer noch im Krieg dort haben wir die Möglichkeit uns die beiden letzten Stücker Land Länder hier zu holen allerdings müssen wir da aufpassen von Frankreich allerdings müssen wir da aufpassen dass wir uns auch da wieder nicht beide holen sondern mhm ich zeig's euch mal Rivalität obwohl ich weiß gar nicht ob das jetzt schon geht ich glaube das geht nicht Staat erobern ne Staatenrückgabe wäre das glaube ich wir wollen ja beide haben und da dürfen wir denen nicht zu viel Druck machen die Mexikaner ähm die Streitkräfte sind unzufrieden dass die Intellektuellen in der Regierung sind aber sind die nicht auch in der Regierung? Verstehen die sind doch beide in der Regierung das ist Demokratie wir können doch auch eine Partei gründen na mit 14% Unterstützung bei den Pops ist das jetzt eher unwahrscheinlich hm respektieren sie die Soldaten die ihr Recht aufs Predigen beschützen was bringt uns der Standard? 25% Autorität ne die Streitkräfte sind bei plus 7 ganz ehrlich die sollen sie nicht so anstellen da gibt's ja wohl gar nicht so teure Militärwaren Panzerschiffe Mangelbesteuerungskapazität in New York genau das wollen wir uns auch nochmal angucken wir wollten einmal in New York bitte bei den Regierungswaren äh Verwaltungen da möchte ich gerne noch 4 Stück bauen damit wir auch hier besser werden und dann müssen wir jetzt mal schauen ob sich in Virginia das Ganze hier jetzt gebessert hat ah überhaupt nicht ey verstehe ich nicht wir werden das mal finanzieren in der Hoffnung dass da mal einer kommt aber wir haben ansonsten in Virginia wirklich jetzt ein Problem na jetzt geht's ja jetzt kommen Leute ok jetzt kriegen wir das in den Griff russisches Interesse Mexiko entfernt in Brasilien U-Boot breitet sich aus echt jetzt schon ein bisschen viel finde ich heute Nachmittag hat Jeremiah Harris das Oberhaupt der Gewerkschafter eine Brandrede für die Einführung des Frauenwahlrechts gehalten und dem sollten wir zustimmen sehr schön was ist das hier Portugal und Portugal ah ok im Aufstand in Portugal Österreich jetzt nur einmal gucken wie es hier läuft oh was ist denn das hier ach guck der Krieg ist vorbei ok ok wer hat denn hier jetzt gewonnen ähm da es um Serbien ging ja das ist eine gute Frage ne ich würde fast sagen die die Norddeutschen haben diesen Krieg gewonnen ja krass das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht ok gut ja wenn die sich alle gegenseitige Köpfe einschlagen dann sind wir in dem Fall halt die Nutznießer so einmal in den Markt geblickt wir sind jetzt bei einer Überproduktion von Holz das ist gut bei Tüchern müssen wir übrigens als Basisprodukt ähnlich ähnlich agieren da müssen wir den Preis runter runter geben dass hier hinten vernünftige Produkte raus gehen ähnlich muss das jetzt beim Strom geschehen da muss der Preis runter da gibt es einen schlechten Marktzugriff das ist uns egal ähm bei den Tüchern ist es übrigens so dass wir eine Handelsroute haben mit 3.000 die hier raus gehen das finde ich aber nicht schlimm da können wir jetzt mal in die Baumwolltfabriken schauen und dann gucken wir mal ob wir das verbessern können beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge machts gut bis dahin euer Strategiener ciao 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 ciao